So, jetzt kannst du dir den Vorteil mal angucken beim Berserker. Ja, der hat automatisch Dreadnought genommen. Also ich nehme wohl eher den Prankler, der kann sich selber heilen. Ja. Mach ich auch, ohne nochmal bisschen schneller rennen. Ohne den Sanitäter ist das besser. Mit Sanitäter ist das gut, aber... So. Was kommt als nächstes? Schlechter? Schlechter? Nachkampfwaffen 20% schneller an und Berser. 25% mehr Schaden schlechter. Ja, die sind aber beide gut. Schneller angreifen, Lebenspunkte regenerieren, unbedingt. Ja. Also die sind beide gut. Also der nächste, da würde ich eher Vampir nehmen. Diese Lande. Also mehr auf Gesundheit dann. Ja, auf jeden Fall. Das ist Baura. Mit jedem betöteten Gegner. Ja, seddi seddi seddi. Ja, seddi seddi seddi. Ja, seddi seddi seddi. Alter kann es schnell werden. Vollgeräusch. Glaub, die haben wir noch nicht. Nee. Wo hat sie das Brecheisen denn her? Ist das hier... Ah, doch, die hatten wir schon. Oder? Nee. Glaub nicht. Aber das ist wirklich die letzte, die mir einfällt. Oh, da oben die Windräder draußen. Wehen sich, Alter. Geil. Auf volle Polle, Alter. Nee, also das hatten wir noch nicht. Und wenn wir die fertig haben, haben wir wirklich alle... ...Mapses irgendwie geschafft. Kein schlechter Anfang. Das war aber nur zum Aufwärmen. Hallee. Ich muss sagen, bei Lidl sind die Verkäufer viel netter als bei Eidl. Das war's für dich. All Attacks. Wer ist wo netter? Netter? Na, ist wo bei Aldi netter? Netter. Genau. Was sagst du? Ja, bei Aldi haben wir netter. Bei Aldi sind wir netter. Das sind fast alle. Aldi kann es voll vergessen. Die Ware ist immer schon seit drei Jahren immer dasselbe, was die da haben. Naja, ihr habt Aldi Nord, ne? Ja. 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 Ja, Aldi Nord, Aldi Süd ist schon ein Unterschied. Wie ist das ein Assi-Laden, ey? Aber Lidl, die Verkäufer sind wirklich nett, ey. Naja, gut. Die Verkäufer kannst du nicht nach Laden beurteilen. Du kannst bei Aldi oder bei Lidl gehen, wenn da genauso Leute drin haben, die scheiße sind. Ja, aber bei uns sind die sehr nett. Aber bei Lidl krieg ich auch Markenware. Und das krieg ich bei Aldi hat ja ganz selten. Und ja. Ja. Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Lieb zur Kanzel und trachtet euch auf. Oh, Dad! Du hast einiges abbekommen. Lass dich verarzten. Du hast das Geld verdient. Jetzt gib es aus. 600 hätten mal. Bei dem Schnee kommt einem Aldi fast unschuldig mal. Oh, das bringt nichts. Dann hab ich 700. Ja, das bringt nichts. Ne, noch ist die Schaufel angesagt also. Ja. Das ist so. Man kann sich die zweite 9mm-Pistole holen. Das Katana hat ungefähr genau gleich. Gut, Reichweide hat die Schaufel ein bisschen mehr. Dafür hat die Katana ein bisschen mehr Schaden. Selbst geortet. Ich muss die Kapsel gleich schließen. Alter Mann, wie soll ich den Wind hier pfeifen? Oh, da oben sind Polarlichter am Himmel. Geil. Ja, das Spiel spielt ja auch in Europa. Die Außenpost ist wahrscheinlich irgendwo ganz im Norden. Was weiß ich, in Norwegen oder in Schweden. Letzte Chance. Ich muss die Kapsel zumachen. Das habe ich gelesen in der Beschreibung. Das spielt in Europa. Daher auch der Schwarzwald und so. Und vor allem der riesen Berg drin. Die Zeit ist um. Geht und tötet mehr Sets. Das sind Polarlichter am Himmel. Früher lebte ich den Schnee. Er erinnerte mich an Chamonix. Er macht bestimmt auch Spaß mit dem Flammenwerfer. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Guter Start. Jetzt beendet den Auftrag. Allee. Wo bist du überhaupt, Alter? Irgendwo hier unten. Schön, ich bin ja geknallt ins Lomo, Alter. Das hier wird verschlossen. Weil die Opter quegen. Gerade die Bäume, die peden wir nicht richtig im Wind. Gerade die Details. Aber die Tür nimmt schweren Schaden. Boah, zwei Gegner in die Birne weggeknallt, Alter. Zugang wird zugeschweißt. Zusammen geht das schneller, oder? Gut im Schnee, ja. Sehr fantastisch. Ah, hier sind die Schneemobile, cool. Ich gehe ein bisschen an Osteuropa, die Schneemobile. Irgendwo in der Ukraine oder so. Geht es noch runter? Tolle Map, ey. Von so einem Spielen würde ich gerne mehr haben, also auf jeden Fall. Wenn man sich mal umgucken, auf jeden Fall gibt es da so viele Spiele, finden wir bestimmt noch ein gutes Pro-Op-Spiel, das so ist wie das hier, für wenig Geld. Wir müssen noch mal im Sale zusammen was einkaufen. In einer Sale. Ich weiß, es ist immer ziemlich viel Geld in die Hand. Da kannst du viel bei dir besorgen. Ich tue dessen auch immer viele, wenn ich mal ein Spiele entdecke, was ich irgendwann mal gerne haben würde, für wenig Geld. Denn alles lieber und Schluss mal. Wo bist denn du? Ja, da. So, jetzt brauche ich erstmal die doppelte 9mm. Schon mal gut. Alles andere brauche ich nicht. Ich habe mir Excalibur geholt. Excalibur, ja. In welcher Lächel ist das fast Spiele, ist das erst schon mal Horror? Was ist das? Nee, Horror nicht. Also, das kann man nicht als Horror wie ein Resident Evil bezeichnen. Na, Zombies metzeln quasi. Zombie im Koop. Mehr so wie ein Left 4 Dead 2 die Rüchung. Gebt euer Bestes. Na, das was ich zur Zeit, wenn ich mal angefangen habe und mit einem Kollegen gespielt habe, das ist, aber was war das gleich? Äh... Mann, wie hieß denn das gleich? Das muss ich gleich mal gucken, nachdem ich gefescht raus bin. Ja. Was löst du denn gerade? Bolt of Tanks. Hm. Ja. Ihr habt ihnen schon zugesetzt. Ich bin jetzt Level 10 wert. Aber es sind noch einige für mich. Das ist noch Isabella. Ja. Nun? Hm. 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 Ohne Sunny ist der Brenkler besser als du. Ja. Weil du immer schön nachfüllst. Ja. Du kannst ja auch schnell wegrennen und dann immer ein bisschen ruhig erholen. Und die Spritze hast du ja auch noch. Also wenn du den Vampir erstmal hast. Lasst du. Wenn ihr fertig seid, kann ich die Händlerkapsel wieder öffnen. Ja. Das war der letzte. Geht zur angezeigten Kapsel für mehr Ausrüstung. Ja. Das klingt ja flott. Es freut mich immer wenn alles verliebt. Es freut mich immer wenn alles verliebt. Ja. Ich bin immer erst dahin gerannt. Da ging der Fahrrad immer rüber. Na hier. Schön dass du wieder zurück bist. Schneemann bauen. Ja. Blute nicht alles voll. Er erinnerte mich an Chamonix. Ja. Also ich bleib dabei. Das Katana brauch ich noch nicht. Ich brauch das nicht. Die Schaufel ist auch gut. Nö. Ich hab ja zwei Händler. Also erst spare ich das Geld. So hab ich noch nicht. Ja gut. Da krieg ich ja 700. 700 wieder. Da musst du ja einer Geld gegeben haben. Achso. Genau. Dying Light. Selbst geachtet. Ich muss die Kapsel gleich schließen. Ja. Dying Light. Dying Light hat das Multiplayer. Ja. Da kannst du bis zu vier Leuten in einer Session spielen. Ja. Das ist mit den Generatoren reparieren und dann den Ausgang finden. Ist aber blöd wenn du gegen randoms spielst. Und die Generatoren finden nicht direkt. Du hast wie so eine Art Stadt oder so eine Art Slums. Und keine Ahnung. Und da musst du eben questen. Und dann nach und nach kriegst du eben bessere Waffen. Und nach und nach. Ah ne. Dann verwechsel ich das gerade. Dying Light. Dann ist das wie. Du siehst vorbei. Zurück an die Art. Ah. Na ja. Ist irgendwie ein Halskrank vom Biest. Aber du hast doch keine Emissionen. Ja. Oh wie hier ist das Spiel wo du so rumkletterst. Äh. Assassin's Creed. Ja. Ja gut. Klettern. Klettern kannst du auch. Äh. Welche haben wir schon. Ich bin dann im Level. Wenn ich dann ein bisschen weiter bist. Von den 10. Und wo das war. Und du bist dann plötzlich noch mal viele Begriffe. Dying Light hab ich auch. Dann hast du dann Klappe oben Enterhaken. Hast du auch Dying Light Iloka? Nö. Äh? Nö. Ich hab's noch vieles. Ich hab's noch vieles. Ich hab's noch vieles. Oh ist ein Heliport. Ah hier draußen, ich habe einen Hubschrauberleine platzgefunden. Halbiert. Erledigt die letzten Sets. Dann kann ich die Händlerkapsel für euch öffnen. Wir sind richtig toll, das gefällt mir. Ich höre die doch von oben. Aha, Helip starten. Geht so, armlos. Oh ne, großer hier. Er ist ja tot, wenn er so weitergeht. Einer ist gestorben, ja. Schönen. Echt brech! Perfekt, die Kapsel ist wieder offen. Rüsten wir euch aus. Wunderbar. Ab die nächste Welle wird besser. Du bist unversehrt. Das ist großartig. Weitersuch. Ja, jetzt kann ich mal einen Knüppel holen. Du hast das Geld verdient. Jetzt gib es aus. Ich noch nicht. Mir noch nicht. Wo bist du? Da. Warte mal. Eine kleine Spende, wenn es jemand braucht. Wer braucht das? Jawoll. Das ist gut, Alter. Das ist ein Knüppel, Alter. Weil die Runde lief ganz gut so, nicht diesmal? Ja. Letzte Chance, Leute. Feinde geortet. So. Ich bin gut ausgerüstet. Du kannst es beinahe riechen lassen kommen. Letzte Chance. Ich muss die Kapsel zumachen. Jetzt bin ich auch am Zug. Was soll das? Was soll das? An die Banker. Die Zeit ist um. Geht und tötet mehr Zets. Na los denn. Jetzt los. Von mir aus gerne. Wurzel heißt nicht, was? Eine von diesen verhüllten König. Die Kuh hat vor. Eine verhüllte. Weg da. Bäh. Komm her. Von Lassi. Von Lassi. Also dieser... Schnüppel, der ist ja wohl überragend. Ein guter Start. Aber es sind noch viele Sätze. Trotzdem ist das was. Hm. Von Lassi. Oh. Opsalda. Hallo. Oh. 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 Oh na. Oh na. Es brennt. Es brennt. Es brennt so viel. Äh. Hahaha. Achtung. Eins. Ein Quake. Die Sounds, Alter. Wie er ihn am Boden hauten. Wie er ihn am Boden hauten. Wie er es am Boden hauten. Ist ja an der Link auch nochmal weg, oder? Wie hieß das, wenn ich es richtig was gespielt? 7-4-2 Das brauchst du für Fringe Bandage? Nein, 10 Euro Und lass mich raten, MMO Gear Nein, Instant Gaming ist nicht zu teuer. Nur ist zu teuer. Ja, nur wäre zu teuer. D2A oder Instant Heavy Oder... Weiter suchen. Wenn ihr fertig seid, kann ich die Händler-Kamsel wieder einsetzen. Weiße wurden super G2A, weil die haben fast 10.000 verschiedene Spiele. Das bietet nur G2A. Alles was neu auf den Markt kommt, auf jeden Fall die AAA Titel, die kaufe ich alle bei Instagram hin. Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Geht zur Kapsel und rüstet euch aus. Schnee, er erinnerte mich an Chamonix. Du hast viel Schaden erlitten. Aber du lebst. Ich bin beeindruckt. Die Runde hoch wird auf fast tausende gemacht. Ich auch, ja. An dieser Runde schaffe ich das nicht mehr, Level 10 zu werden. Wir lassen in der nächsten Runde was. So, also. Wir sehen ja fast wie ein Team aus. Ja. Ich liebe Schatz, aber halten wir die Augen offen, okay? Ich hab alles. Ich kann den ganzen tausend abgeben. Braucht jemand Geld? Oh ne. Cool da. Ich muss die Kapsel gleich schließen. Nein, Schatz. Danke, das wird nützlich sein. Cool. Ich geh mit der Munition beeilen. Ich geh mit der Munition beeilen. Ich geh mit alle. Noch eine Menge da. Eine kleine Spende, wenn's jemand kommt. Aber ich will auch mal was anderes mit dem Mädel hier machen. Ich will mehr Emotions haben. Ich schalte die Tiere frei, also. Wir sind zu. Beeilung, die Zets kommen näher. Ich will mit der auch mal hier... Ich soll sich mal pöcken hier, die. Hahahaha. 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 Soll sich mal pöcken. Ich will hier mal hängen und dann rausklappen. Hahahaha. Mit der VR-Brenne, Alter. Hahahaha. Hahahaha. Ganz, ganz, ganz nah ran zu gehen, Alter. Hahahaha. Von hinten zu betrachten, Alter. Oh. Der hätt mich gleich verschluckt, du. Nimm dich von hinten, Alter. Hahahaha. 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 Bei dem Schnee kommt meinem Aldus fast unschuldig vor. Hahahaha. Bei uns so gegen... Ebenmal gegen Sechster und dann nochmal... Ach, ne, gegen vier und dann nochmal auch gegen fünf und dann nochmal so... ... Punch-O war bei uns übelst Regen. Die Monition brauchen wir ja wohl keiner, oder? Nö. Nö. Ich brauch keine Munition hier weg. Nö. 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 Boah, ist immer richtig Regen, Alter. Nö. 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 Ihr seht's, ich habe etwas für euch. Heloka? Ihr seht's, ihr seht's! 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 Ja! Ja? Wo warst du denn? Ja, Terrassentür hat's eingeregnet! Hast du sie auch gehabt, oder was? Ja, klar! Ja, klar! Hallo, es ist warm! Warm? Ich muss mal rausgehen, denn es ist dir kalt! Dann ist es wieder kalt! Du musst den Kopf mal aus dem Fenster halten, dann hast du irgendwie einen Kopf! Ja, das ist ja klug aus! Es steht ein großer Kampferin und dein Team heilt! Hagelt das? Ist doch Hagel, ne? Ne, das kloppt die mit seinem Fenster! Das ist übelster Wind! Nicht lustig! Ne, ist kein Hagel! Ne? Er erinnerte mich an Chamonix! Das ist so warm draußen, ne? Ne, das ist Hitzegewitter! Hitzegewitter, ja! Ne, wir haben hier keine Hitze hier oben! Wir haben heute, glaube ich, maximal... Für Grad hatten wir 18, 19 Grad! Juhu! Ich habe meine Rüstung gefunden! In einem großen, schweren Ungewitter, wie ihr da am Süden habt, haben wir hier oben geschlossen! Das haben wir ganz selten, nur so ein starkes Ritter! So, ich habe 1400, ich kann in Spendierlauna! Ich habe noch 2000! Na, meinen Knüppel habe ich wieder gefunden! Ich wollte nicht alles fallen! Ich wünschte euch für deine Zeit unser Leben! Letzte Chance! Ich muss die Kapsel zumachen! So, da haben wir noch ein Fläppchen! Hey, da oben sind Videokameras! Die Zeit ist um! Geht und tötet mehr Zens! Hahaha! Nein! Und wieder da, wo es so schön eng ist! Weißt du ja, was Angst da war! Da, wo es schön eng ist, ist man auch das! Ja, aber der Typ hier ist scheiße! Eng und Feucht, äh... Hey, Mann! Das ist der Ende wieder! Ich kann doch gut! Das ist ja klar! Ich bin feuchtend und warm! Ihr macht geiles Klima! Ich drück' mit ihm in dein Horn! Horn! Sucht überall! Und du wurdest auch zurück von! Zuerst von Gott! Und dann von mir! Zuerst von mir! Zuerst von mir! Zuerst von mir! Zuerst von mir! Jetztib' mit schnälen! Zuerst von mir! Zuerst von mir! Zuerst von mir! Wo rennt der Typ lang?! Was ist die ganze Zeit nun im Sport? Zuerst von mir! Ja, ich bin mir einfach nicht leider im Busch-Satz! Da muss ich gerne im Busch-Satz und mich vielleicht wieder in uns zu schieben! Das ist der Weide auf dem Kreischen. Das ist egal, ob man Kicke oder Schlangefelsen lohnt. Oberweite. Ja, das ist ein Kaffee. Man klappt hier so eine. Hier kriegst du Kartoffeln. Von hinterher. Zack, zack, zack. Noch eine hier. Noch eine Granate. Jawoll. Kann ich nicht verbrauchen. Du bist ja jetzt mit dem Subcrown oder was? Mach! Ja, zischgeil. Okay, mach nochmal. Oh. Der ist weg. Der ist weg. Ich bin der Kaffee. Das war mein Leben. Ich bin der Kaffee. Ich bin der Kaffee. Ich bin der Kaffee. Wie auf dem Fisch, ne? Das ist sehr gut. Das ist schlecht. Eine davon. Ich muss noch eine haben. Das ist einfach mal. Ich bin der Kaffee. Eier! Kein Blut! Lecker! Kartoffel? Weiß ich! Oh, das rockt hier! Loser! Zack, 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 zack! So, Feuer umschafft! Der bestehen! Der bestehen gewollt! Denn jetzt um Herrn Flauschigranz! Voll, Mann, richtig! King-Ding, Alter! Wer heißt einer King-Ding, Alter? King-Ding! Was ist der King mit dem Ding, Alter? Ja, das Gewitter zieht genau über uns, früher. Ja... So, das waren jetzt glaube ich alle Karten. Oh, zwei Level hab ich gemacht. Level 6 und Level 7. Ja, was wir natürlich auch nachgeben können, was auch schön ist, ist Höllenleben. Beispiel, oder... Der Abstieg ist auch nicht schlecht. ... ...